Hallöchen, liebe Nagelfreunde, meine Mama ist nach circa vier Wochen wieder da und schaut euch das mal an. Die Overlays haben so gut mit der Rubber Base von Lini gehalten. Wir haben die aber auch ordentlich eingebettet. Meine Mama trichtert mich da immer und sagt immer, nimm ganz viel. Ich mag das ja nicht so, wenn man das sieht. Nur der Mittelfinger hat so einen kleinen Riss in der Mitte, weil meine Mama mit dem extrem irgendwo gegengestoßen ist. Und wir schauen uns später einmal an, ob der Nagel unten drunter gebrochen ist oder nicht. Hier einmal ein paar Bilder von den Nägeln meiner Mama. Aber sie liebt ja die Farbe Pink, Fuchsia, Orchideenton, wie auch immer man ihn nennt. Und dementsprechend ist das halt immer eher ein bisschen langweiliger, wenn sie kommt. Wir machen zwar immer ein schönes Design obendrauf, aber sie hat halt immer die gleiche Farbe. Aber heute ist der Tag der Tage. Heute hat sie sich mal eine andere Farbe ausgesucht. Und ihr werdet nicht glauben, was das für eine ist, weil es ist eine ganz typische, untypische Farbe für diese Jahreszeit. Und ja, seid gespannt, was wir heute drauf gemacht haben. Als erstes kommen die Overlays runter. Das hatte ich euch bei Instagram schon mal gezeigt, wie ihr das macht, um eure Bits zu schonen. Dann fange ich hier an, die Modellage abzutragen. Ich habe heute ausnahmsweise mal diesen Bit hier genommen. Der ist aus Linis Nail Shop. Lini liebt den ja und schwört ja da drauf. Ich muss sagen, ich mag ihn nicht ganz so gerne. Ich mag lieber den Rainbow Bit. Das ist dieser bläuliche, den seht ihr öfter bei mir. Der ist mittlerweile aber so ein bisschen stumpf. Ich müsste endlich mal einen neuen bestellen. Ja, und dementsprechend habe ich dann den hier genommen. Aber bei dem habe ich immer das Gefühl, der trägt zu leicht ab und dann dauert mir das einfach viel zu lang. Wenn ihr so einen gebrochenen Nagel habt, dann ist es ganz wichtig, vorne die Nagelspitze zu stützen. Also je nachdem, wie der gebrochen ist, kann das auch extremst wehtun. Und das Stützen, das hilft einfach, damit ihr diese Hebelwirkung nicht habt. Meine Mama hatte Gott sei Dank nicht so sehr Schmerzen, aber trotzdem habe ich es vorsichtshalber gemacht. Und jetzt hole ich erstmal nach und nach das Material runter und schaue mir das Ganze an. Ihr könnt hier schon ordentliches Lifting in der Mitte sehen, wo es halt gerissen ist. Und je nachdem, wie euer Aufbau war, habt ihr darunter entweder etwas Blutendes oder etwas Eingerissenes an Naturnagel, also ein Riss im Naturnagel. Oder wenn euer Aufbau genug war, dann ist nur die Modellage gebrochen, aber nicht der Naturnagel unten drunter. Also das spricht dann immer für die Arbeit, wenn der Naturnagel unten drunter verschont geblieben ist. Weil egal welchen Sturz, welches Andocken, welches Krachen gegen irgendeinen Gegenstand, die Modellage aushalten muss. Das kann selbst die beste Modellage nicht aushalten, außer sie ist wahrscheinlich 5 cm dick oder so. Aber wenn ihr einen ordentlichen Apex habt, dann dürfte da eigentlich nichts passieren, außer dass die Modellage halt ein Riss hat. Und jetzt trage ich das Ganze so lange ab, bis dieses riesen Lifting hier entfernt ist. Und ihr wisst ganz genau, auf Lifting soll man ja nicht so arbeiten, sondern eher so am Rand. Denn ihr wollt ja, dass es sich genau da abkapselt, abtrennt, dass ihr das dort entfernt, wo es auf die Modellage trifft, die noch fest ist. Das heißt, ihr solltet obendrauf schon ein bisschen ausdünnen, aber vorne hauptsächlich an den Rändern arbeiten, denn obendrauf könnte es auch ein bisschen heiß und unangenehm werden. Ich mache das immer ganz, ganz vorsichtig und wirklich ohne Druck, damit ich da auch nichts am Naturnagel kaputt mache. Und immer so Stückchen für Stückchen, da könnt ihr schon sehen, fällt das Ganze ab. Ging jetzt nicht ganz ab, habe ich den Rest noch mit dem Bit gemacht und die kleinen Fetzen werden mit dem Bit auch noch entfernt. Wenn ihr da unsicher seid, nehmt einfach die Pfeile. Ihr könnt sehen, an der rechten Seite ist schon so eine Ecke in Mitleidenschaft gezogen worden, die Ecke des Nagels. Das werde ich später aber wieder reparieren. Und ihr könnt schon sehen, ohne mich selber zu loben, der Nagel hat Gott sei Dank nichts abbekommen, der Naturnagel. Also es war wirklich nur die Modellage, die da einen Knacks hatte. Wie gesagt, bei dollen, stumpfen Traumata, wenn man das so nennen kann, da hält auch die beste Modellage nicht. Und jetzt habe ich hier alles Material abgetragen, was geliftet ist und der Rest bleibt drauf, weil das hält ja noch wunderbar. Und dann können wir da einfach drauf arbeiten. Mit meiner Pfeile mache ich jetzt schon mal die Nagelform so ein bisschen, also forme die schon mal so ein bisschen vor. Das mache ich eher so ein bisschen gröber. Unten drunter die Fetzen werden auch entfernt. Und ich habe wieder mal vergessen, zuerst die Nagelhaut zurückzuschieben. Passiert mir öfter, weil wir quatschen dann auch einfach zwischendurch. Weil ihr spart euch einfach Zeit, wenn ihr vorne das Ganze zurechtfeilt und dann direkt hinten den Naturnagel, der rausgewachsen ist, auch mit anraut. Der muss ja wieder angeraut werden, damit die nächste Schicht hält. Und das kann man dann einem zugemachen. Ich habe es mir nicht nehmen lassen, die Nagelhaut wieder ein bisschen zu bearbeiten. Also so einige Fetzen, die halt abstanden, habe ich dann mit dem Kugelbit entfernt. Und vor allen Dingen diese Ecken hier muss ich bei meiner Mama immer so ein bisschen glatt feilen. Da entsteht immer Hornhaut durch das Arbeiten. Und ich finde das einfach schöner und ästhetischer, wenn man da so ein bisschen drüber geht. Das geht mit dem Kugelbit ganz gut. Und wenn das komplett fertig ist und dann auch die Nagelhaut auf der Nagelplatte entfernt wurde, das mache ich natürlich mit einem Nagelhautbit, dann können wir mit der neuen Modellage loslegen. Wenn ich fertig bin, dann bearbeite ich die Nägel einmal mit diesem Bürstchen. Das ist super, super weich und da kann man dementsprechend auch ein bisschen mehr Druck aufbauen. Dann kommt man nämlich wunderbar in die Rillen rein und holt den kompletten Staub da einmal raus. Dann benutzen wir wie immer Primer bei ihr, den natürlich nur auf den Noturnagel auftragen. Und worauf ihr achten müsst, habe ich euch ja schon so oft erzählt. Deswegen mache ich das hier jetzt mal nicht. Bei ihr benutze ich immer noch die Rubber Base von Lini. Wir haben schon einige Bases getestet und wir kommen immer wieder auf die Rubber Base zurück. Die ist bei ihr wirklich am besten. Sie hatte das Problem mit Bluthochdruck etc. Und dementsprechend halten die Nägel manchmal bei ihr nicht so gut. Sie arbeitet aber auch viel mit Handschuhen und mit ihren Händen. Deswegen ist die Rubber Base bei ihr perfekt. Und darauf arbeiten wir mit einem Acrylgel. Ich habe jetzt hier ein Camouflage Acrylgel genommen. Ich habe einfach kein durchsichtiges mehr da. Und Farbendecken auch meistens besser, wenn sie auf einem Camouflagegel aufgetragen werden. Vor allem so Pastellfarben oder ähnliches. Deswegen ist es nie verkehrt, wenn ihr den Aufbau einfach damit macht. Genau, wie man Acrylgel verarbeitet, habe ich euch schon mal in einem ganz detaillierten Video gezeigt. Das verlinke ich euch sehr gerne unten. Jetzt entfernen wir einmal die Schwitzschicht. Ich finde bei Acrylgel ist die immer sehr klebrig. Deswegen nehme ich hier diese etwas teureren Zelletten, die so ein bisschen fester sind. Und dann wird als allererstes, bevor wir irgendetwas befallen, der Tunnel von unten ausgefräst. Denn wenn die Naturnägel meiner Mama unten gleich lang wie die Modellage sind, dann liftet die sich an der Seite immer. Dann gibt es diese Frontliftings. Und wir haben vor Jahren schon festgestellt, wenn wir es von unten einmal ausfräsen, dann halten die Bombe. Dann hat sie keine Seitenliftings oder ähnliches. Ja, und dann wird die Modellage noch einmal befeilt. So ein kleines bisschen. Bei ihr schaffe ich es nie ohne No-File. Ich bin da auch einfach viel zu pingelig. Und die Nagelform wird dann im Nachhinein natürlich auch nochmal so ein bisschen angepasst. Deswegen sage ich am Anfang auch immer, dass ich die eher grob feile und zum Ende hin dann einfach nochmal richtig feile. Mit meiner Mama habe ich oft aufgetüftelt, wo ich denn noch Zeit sparen kann, weil ich am Anfang einfach irgendwie dreieinhalb Stunden oder so gebraucht habe. Jetzt brauche ich manchmal auch noch zweieinhalb. Es ist immer so tagesabhängig bei mir, aber ich habe ja auch keine Kunden. Dementsprechend habe ich auch nicht diese Übung. Ich versuche aber immer so wenig wie es geht mit der Feile zu befallen und den Rest einfach nochmal mit dem Buffer zu machen. Denn ich habe gemerkt, dass viele Unebenheiten, die ich früher mit der Feile gemacht habe, einfach mit dem Buffer viel, viel schneller weggehen. Ja, hier sind wir jetzt bei der Farbe angelangt. Sie hat sich für die Farbe Elsa entschieden und das ist wirklich eine außergewöhnliche Farbe für die Jahreszeit. Aber ich meine, hey, wer bestimmt, welche Farbe wir an welcher Jahreszeit tragen? Ich finde die Farbe so schön, auch aus Linnis Nayshop. Die deckt in einer Schicht. Das war echt cool. Also ich sage meiner Mama am Anfang, wir müssen mal gucken, wie die deckt. Es gibt Farben, die kann man satt auftragen. Die decken dann in einer Schicht. Und dann gibt es Farben, wenn man die satt aufträgt, die haben immer noch so ein paar Schatten. Und dann trage ich sie lieber in zwei dünnen Schichten auf. Also da muss man dann immer beim ersten Auftrag einfach ein bisschen gucken. Hier habe ich erstmal so ein bisschen getestet. Dann habe ich gemerkt, okay, die deckt eigentlich schon wirklich sehr gut. Und dann habe ich später nochmal ein bisschen was nachgelegt an Farbe. Habe hier aber erstmal so grob zu den Rändern gearbeitet. Und dann natürlich, wie immer, das darf bei mir nicht fehlen, mit dem feinen Pinsel die Ränder nochmal nachgezogen. Das kann ich mittlerweile auch nicht mehr skippen. Ich finde, das macht einfach einen wunderschönen Rauswuchs, wie ihr am Anfang ja auch sehen konntet. Und da muss man natürlich die Nagelhaut und alles schön entfernen, damit die einem da nicht im Weg ist. Hier gibt es nur ein Manko, das ich euch gleich einmal zeige. Deswegen gehe ich danach nochmal mit dem Pinsel drüber. Denn wenn ihr da eure Farbe hinten am Rand verteilt, dann entsteht diese Art Wulst. Und vor allen Dingen bei solchen Farben, so Glitzerfarben, sieht man die sehr doll. Konntet ihr gerade nochmal ganz gut sehen. Und deswegen gehe ich am Ende dann noch einmal mit dem Pinsel drüber, vor allen Dingen auch fast bis zum Rand hinten, um diese Wulst, diesen Wall einfach noch so ein bisschen glatt zu streichen. Und dann streiche ich bei solchen Farben, bei so Glitzerfarben, so lange über den Nagel, bis ich keine Streifen drin habe. Denn ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man diese komischen Streifen hat. Deswegen bin ich da etwas pingelig. So, wir haben jetzt hier richtig lange gebraucht, um zu gucken, was für ein Design wir oben drauf machen. Meine Mama wollte unbedingt Overlays, weil meine kleine Nichte total darauf abgeht. Und jetzt benutzen wir hier, wir haben uns das dann so zurechtgelegt. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr unsicher seid, legt euch das auf irgendwas zurecht. Und wir nehmen jetzt hier die Rubber Base. Ihr seht, ich habe die richtig dick hier aufgetragen. Und da werden die Sachen jetzt einmal eingelegt. Ich finde es immer schöner, wenn oben zwei Blätter am Nagelrand sind. Ihr versteht also so, wie ich es jetzt genau hingelegt habe, was ich meine. Und hier in die Mitte kommt jetzt die Mikroperl und ich drehe die so ein bisschen. Da war ja ein Tropfen Rubber Base drin. Und ich drehe die so ein bisschen in der Rubber Base, damit die so einmal damit eingehüllt wird. Dann habt ihr nämlich auch, dass das Silber einfach dauerhaft Silber bleibt und sich nicht irgendwie abnutzt durch Desinfektion, durch Spülen, durch was auch immer. Also guckt, dass ihr diese Mikroperlchen einfach immer so ein bisschen in Rubber Base oder was auch immer reibt. Und das Ganze wird jetzt einmal auf der anderen Seite auch noch gemacht. Okay. Rechts und links haben wir uns dann für so etwas größere silberne, komplett silberne Steinchen entschieden. Die werden nochmal zurecht geschoben. Sollten die zu sehr fließen oder runterlaufen, könnt ihr auch so eine kleine Taschenlampe wie wir jetzt hier nehmen und die einmal drüber halten. Dann verrutscht einfach nichts. Die werden dann ganz kurz einmal sozusagen angehärtet und dann kann sie damit in die Lampe gehen. Wir wollten so einen Bogen kreieren und haben uns dann ganz am Ende noch für einen etwas kleineren Stein entschieden. Das sieht immer am schönsten aus, wenn ihr von der Mitte groß nach außen klein geht. Und zwar haben wir hier einfach so kleine Pärchen genommen, so Halbperlen. Ist übrigens alles aus Linnys Nähshop und haben die einfach noch dazu gesetzt. Jetzt werden die Nägel noch einmal schön eingeölt. Meine Mama will das immer selber machen. Ich sage immer, genieß doch einfach und massiere ihr dann auch noch so ein bisschen die Hand mit Handcreme meistens. Und ja, jetzt sind wir fertig mit dem Ergebnis und ich finde die so wunderschön. Vor allem die Blume macht das Ganze wieder so schön Frühling, Sommermäßig. Und ich finde diese blaue Blume auf dem Blau wunderschön. Ich hätte nicht gedacht, dass das so toll aussieht und so gut passt. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.